Hallo und willkommen zum nächsten Teil von King's Quest 2. So, wir sind jetzt hier auf der wunderschönen Insel endlich gelandet und ja, was machen wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier wunderschöne Dornenbüsche vor uns und tja, das Problem ist, wir können jetzt hier nicht einfach durchgehen. Die sind nämlich alle vergiftet und wenn wir uns richtig erinnern, dann haben wir von dem Pegasus-Pferd, nämlich diesen Würfelzucker bekommen, der gegen Gifte hilft. Also essen wir den doch erstmal, muss erstmal drauf kommen. So, eat sugar. Zack. Okay, nachdem wir den Zucker gegessen haben, haben wir das Gefühl, unverwundbar zu sein. Ui, 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 ui. So, und dann laufen wir doch einfach mal zackdi, zack da durch. Normalerweise stirbt man sofort, wenn man die Dinger berührt. Okay, dann sind wir jetzt vorne bei der Burg. Oh. Zwei böse, heimlich böse ausschauende Geister bewachen das Tor. Das sieht aus wie eine schlechte Situation für uns. Wir werden nicht überleben. Das ist jetzt alles vorbei. Äh. Okay, na, ich wollte gerade die Musik im Hintergrund hören. Oh, unsere Feder ist verschwunden. Da ist sie wieder. Jetzt ist sie wieder da. Nein, Hilfe, Hilfe, was tun wir? Okay, ich glaube, wir gehen einfach auf die Geister zu. Oder wir schauen sie uns einfach nochmal an. Mal. Okay, sie beschützen die Burg. Oh, guck mal, wenn ich im Hintergrund gucke, würde ich mich mal interessieren, ob das oberste Feld auch diesen Baum hat. Ich wette es. Okay, dann gehen wir jetzt auf die Geister zu. Und? Ja, okay. Aber das ist wiederum eine Sache, die ich echt nicht verstehe. Also hier steht jetzt, dass die Geister darauf reinfallen, auf unsere Verkleidung. Aber wir haben sie doch eh an. Also was soll das Ganze mit den Geistern? Außer, dass es ganz schön ist, dass sie da sind. Aber wer steht denn jetzt da und sagt, so, und jetzt ziehe ich die Robe wieder aus. Haha. Ähm, eigentlich doch niemand, oder? Und von daher ist es so ein bisschen, naja. Okay, ich weiß, es ist nitpicking. Aber, ähm, irgendwie ist es auch unnötig. Moment, können wir hier rechts nach oben gehen? Ich gucke mal. Nein, können wir nicht. Ich sah aber so aus, als wäre das hier rechts so ein kleiner Pfad, der nach oben führt. Aber können wir dann nicht. Also dann sind wir nochmal höflich und klopfen zuerst. Klopf-Door. Verdammt, das geht nicht. Ich versuche es immer wieder, aber es funktioniert nicht. So. Okay. Wir hören drin das Echo des Klopfens, aber es antwortet niemand. Irgendjemand seltsam. Ich glaube, ab jetzt müssen wir ganz leise sein. Oh mein Gott. Irgendjemand spielt hier eine Orgel. Ich weiß ganz genau. Jemand liebt die Bachkantaten. Wie war das nochmal? War das nicht mit E? Ne. Ach, ich hab's wieder. Ich hab's vergessen. Machen wir es einfach so. So, look. Hihi. Okay, wir sehen nichts. Not right now. Aber können wir da vielleicht hochklettern? Ich weiß ja nicht. Okay. Okay, also wir würden nur Zeit damit verschwenden, wenn wir da versuchen würden, hochzuklettern. Wo gehen wir hin? Links und rechts. So, liebes Publikum. Das war's jetzt für dieses Let's Play. Ihr könnt entscheiden, ob ihr nach links oder nach rechts geht. Wir gehen nach rechts. Oh, welch ein wunderschöner Saal. Hier hinten. Die wunderschöne Landschaft. Oh, Moment mal. Was ist denn hier? Oh. Das ist gar keine Landschaft. Was ist denn da? Moment mal. Das ist aber so irre für. Das ist ein Durchgang. Sieht halt aus wie ein Fenster. Also, es tut mir ja leid. Ah, also die Tür haben sie nicht gut gemacht. Okay. Dann, was liegt denn auf dem Tisch? Okay. Okay, also der Tisch ist komplett mit Staub bedeckt. Und Kratzer sind an den Beinen des Tisches. Aber es liegt ein leckerer, ähm, geräucherte Schinken auf dem Tisch. Den nehmen wir doch mal. So. Schinken mag ich nämlich. So. Gehen wir mal weiter. Das ist aber auch irgendwie gruselig hier, oder? Okay, so. Ich weiß in meiner Erfahrung, Treppen sind immer so eine gefährliche Sache hier. Deshalb speichern wir jetzt doch erstmal. Weil Treppen in Kings Quest allgemein in Sierra spielen. Äh, das ist immer so. Komm. Nach oben. So, LP15. Okay, jetzt gehen wir mal runter. Oje, oje, oje. Oh. Äh. Meine Augen. Okay. Ich glaube, wir brauchen eine Lampe. So wird das nix. Haben wir irgendwas, was wir zum Leuchten benutzen könnten? Mh, nein. Ne, haben wir nicht. Ja. Okay, dann gucken wir mal. Schauen wir uns doch mal hier um. Da oben. Da komme ich aber nicht dran. Die zwei, ähm, äh, Lampirellis da oben. Hier die Fackeln. Kann ich die vielleicht nehmen? Äh, tragisch diese Fackeln. Geht doch. Ich nehme die einfach. Take Torch. Take Torch. Okay, also die können wir nicht nehmen. Probieren wir es mal auf der Seite aus. Mh, und können wir die nehmen? Ne, auch. Okay, dann gucken wir mal, was hier links ist. Irgendwo muss ja eine Fackel sein, sonst, sonst. Oh. Oha. Das sieht aber schön aus. Ich weiß, es ist Illusion des 3D, aber in Wirklichkeit ist es wieder nur 2D. Können wir die vielleicht nehmen? Hm, okay, die können wir auch. Oh, 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 das, das hier ist doch wieder, mir wird ja jetzt schon wieder schwindelig hier. Äh, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Ach, Gott sei Dank, ich bin oben. Und nun? Okay. Das ist aber diesmal draußen. Also, wenn das jetzt ein Durchgang wäre, dann würde ich wirklich, ähm, ich habe zuerst Horny. You see a horny island. Okay, wir können nicht. Wir sehen das, ähm, scharfe, die scharfe Insel. Okay, look. Ähm, nee. Dann machen wir eine Schublade auf. Oh. Die nehmen wir doch mal. Da ist ja eine Kerze in der Schublade. Äh, das, ähm, wir verlassen natürlich alles. Wir sind immer sehr, sehr höflich. Ähm, schauen wir uns nochmal um. Äh, das riecht ein bisschen komisch hier und, äh, nach Mottenkugel. Käpt man Mottenkugel eigentlich heutzutage noch? Hm. Benutzt man da nicht vielleicht Lavendelsäcke? Ich weiß es nicht. Okay. Okay. Ja, okay. Wir haben ja auch eben gerade schon gelootet. Not right now, was? Okay, dann geben wir jetzt, äh, look. Dann schauen wir uns mal das Bett an. Okay, ein altes Bettlaken liegt oben, eine alte Bettdecke liegt oben drauf. Wir machen natürlich die Schublade wieder zu. So gehört sich das nämlich. Okay. Also, eine Kerze haben wir zumindest gefunden. Ich würde sagen, die Kerze, ui, ui, jetzt wird es hier wieder, müssen wir nach unten laufen. Wir entzünden die an der Fackel. Ich hoffe, ui, 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 dass das funktioniert. Schauen wir mal, ob das geht. Okay, also, wir nehmen die Kerze, halten sie an die Fackel und sie brennt. Es wäre aber auch unlogisch, wenn sie nicht gegangen wäre. Okay, dann geht es jetzt mal weiter runter. Du, bi, du. Weiter. Die dunklen Gänge entlang. Hm, hm. Was soll das da im Hintergrund eigentlich sein? Das ist aber ein riesengroßer Schrank oder, oder, oder was soll das sein? Naja, egal, also. Nichtsdestotrotz, wir speichern hier erst mal. Auf einem neuen Speicherstand, versteht sich. Das ist mir jetzt einfach zu wackelig ansonsten. Ich will hier was. Oh, guck mal hier. Äh. Haha. Seht ihr, genau aus dem Grund. Was wir bei dem ganzen Schmarrn jetzt nämlich nochmal machen müssen. Okay. So. Für viele ist das sehr, sehr schwierig. Für mich nicht. Ich benutze einfach nur das Tastenfeld. Ähm. Also das Nummer, Nummer Pad. Und dort kann man nämlich ganz einfach schräg gehen in diesen Spielen. Das wissen die wenigsten. Eine Maus. Eine Albino-Maus. Ob die Schinken mag. Ob die gefährlich ist. Die Riesenketten. Da ist halt Frankenstein zum Monster dran. befestigt gewesen hier an den Jackals da oben. So. Oh. Der linke Raum. Aus der linken Tür kommt ein sehr aggläubel Riech. Der Dift. Oh. Ich rieche jetzt auch jetzt schon. Es stinkt hier wirklich ein bisschen. Schauen wir uns die Maus mal an. Versteht er nicht. Er versteht das Wort Maus nicht. Okay. Dann ist es bestimmt eine Ratte. Okay. Komm. Ratte. Komm. 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 Haben wir irgendwas für eine Ratte? Einen Käse oder irgend sowas? Eigentlich. Ne. Wir haben gar nichts. Okay. Dann. Nein. Kennt er nicht. Oder habe ich es falsch geschrieben? Mal gucken. Ob ich, wenn ich jetzt hier stehe, ob die Maus irgendeine Gefahr für mich da... Nein. Äh. Was hat sie denn jetzt gerade gemacht? Die hat rosa und rosa Ohr. Ach, guck mal hier. Ein Sarg. Das ist aber gemütlich. Da lege ich mich gleich mal zum Schlafen rein. Ein wunderschöner Sarg, der in diesem hässlichen Raum steht. Überall ist Staub und Spinnenweben. Ähm. 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 Und es duftet sehr, sehr edel. So, dann schrauben wir doch mal rein. Look. Ähm. So. Oh, also da liegt, ist niemand drinne. Ähm. Mit Angst schauen wir vorsichtig in den Sarg hinein. Aber es ist unbewohnt und, ähm, mit schönem roten Satin ausgelegt. Und ein Kissen da liegt auf der linken Seite. Das nehmen wir doch mal. Take Pillow. Aha. Und unter dem Kissen liegt ein goldener Schlüssel. Na, wenn wir den nicht haben wollen. Take Key. Zack. Und schon haben wir den Schlüssel. Gucken wir nochmal in den Sarg rein. Okay. Haben wir das Kissen jetzt eigentlich genommen? B-b-b-Pillow, ja, haben wir. Okay. Also, dann geht's weiter. So. Jetzt wollen wir einfach raus. Das ist ja, pfff. Das ist ja jetzt nicht wirklich schwierig hier. Also, Moment, am Schluss ist das eine vergiftete Maus oder irgendwas. Speichern wir lieber nochmal. Wer weiß, was hier, ähm. Ähm. So. Gespeichert. Wer weiß, ob das eine. Kann ich die Maus vielleicht töten? Äh. Die ist so lieb. Ich weiß nicht. Ich mag die ganz gerne. Okay. So. Und jetzt stellen wir uns hier hin und drücken schräg nach oben. Und drückt mir die Daumen. Ja. Genau. Das ist nämlich wirklich das Schöne. Also, wenn ihr das selber mal spielt, einfach NumPad benutzen und schräg nach oben drücken. Und der, die ganze Treppe ist eigentlich gar kein Problem. So. Dann gehen wir einfach weiter und wieder, wieder raus. la 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 la. So. Oh. Oh. Wir sind von Dracula gefangen worden. Spocke. Und der Tropf von seinen scharfen Zähnen herunter. Urplötzlich. Wow. Blö. Urplötzlich schockt er sich zurück. Also schockt er sich zurück. Jesus Maria. Er hat einfach Angst. Er sieht nämlich die silberne Kette um den Hals. Und deshalb geht er ganz, ganz schnell weg. Weil nämlich silberne Kreuze mögen die überhaupt nicht. Er transformiert sich in eine Fledermaus und flattert davon. Und wir hinterher. Bleib stehen. La. Wir rennen wie ein Held hinterher. La 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 la. Wo wird er jetzt hinfliehen? Wo wird, wo wird der hinfliehen? Der böse Wicht. In den Keller. So. Jetzt aber schnell in den Keller. Ich sehe schon wieder. Ich sehe schon wieder. Wir fallen jetzt runter. Nein. Nein. Halt. Halt. Verdammt nochmal. So. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Okay. Und wer ist das dann? Ist das ein Kumpan oder ein Freund, der sich in eine Maus transformiert hat? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er süße rosa Ohren. Huch. Ein kleiner Schnitt. Denn mir ist was ganz, ganz Tolles passiert. Als ich dann eben gerade dem Grafakula hinterher eilte, fiel mir unten dann auf, dass ich leider vergessen hatte, er den Hammer unterwegs zu finden. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Eiche mit den Steinen unten und dem Loch oben drin. Ich habe leider nicht reingeguckt und habe den Hammer total vergessen. Was, ähm, tja, leider, äh, bedeutet, dass, ähm, ich mit dem alten Spielstand, also wie wir das eben gerade gemacht hatten, äh, nicht, ähm, den Holzflock in sein Herz treiben konnte. Was wir aber jetzt tun können, da ich das Ganze nochmal nachgeholt habe, den ganzen Weg zurück und hin und her und oben und unten. Und auf jeden Fall, jetzt können wir ihn endlich töten. Denn das ist unsere Aufgabe als König, als, äh, König auf Brautschau. Da, äh, da muss man das einfach machen. Das ist, das ist einfach so. Das ist, das ist so eine alte Tradition. Das macht man immer, bevor man, äh, eine Frau findet hier in Devontree. Ähm, ja, da wird das mal ein Graf Dracula getötet. Das, äh, das ist so eine ganz, ganz alte Tradition. So, dann geht es jetzt hier endlich in den Raum hinein. Huch, da ist ja gar niemand drin. Geh nochmal raus und nochmal rein. Vielleicht ist jetzt jemand zu Hause. Das, das alte Spiel kennen wir ja. Uh, jetzt ist die Tür zu. Verdammt nochmal, jetzt müssen wir mal schnell den, ähm, Sarg öffnen. Oh mein Gott, unser Herz klopft, als wir den Sarg öffnen. Und, äh, er schläft, und sehnt, dass er darin schläft. Das ist Graf Dracula. Und jetzt töten wir ihn einfach. Zack, zack, zack. Ho, 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 ho. Ui, 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 ui. Wir haben also Graf Dracula den Holzpflock durchs Herz getrieben. Und er verwandelt sich mit einem Puff in ein Häufchen Staub. In diesem Häufchen Staub ein kleiner Schlüssel. Welchen wir ihn natürlich sofort nehmen. Okay, den zweiten Schlüssel hier. Moment, wir müssen nochmal eins machen. Der Ordnung halber. Nein, nicht lose. Zu. So. Denn Ordnung muss sein. So, jetzt gehen wir nach oben. Halt, nein, wir speichern erstmal das, äh, das Spielchen mache ich nicht nochmal mit meinem Freund. Dass wir jetzt dann am Schluss nochmal, äh, runterfallen und dann alles nochmal. Ne, 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 der war eben gerade, war schon weit genug, weil ich so einen blöden Hammer vergessen habe. Zum Glück war es ja noch der blöde Hammer. Das gibt ja einen ganz anderen, also, äh, in Space Quest zum Beispiel, ach, da gibt es Situationen. Und meine Herren, da bist du am Ende des Spiels und, und, und hast am Anfang vergessen, was aufzuheben. Und deswegen kannst du das gesamte Spiel dann nicht mehr zu Ende bringen. Also, das sind so Sachen, ähm, dagegen ist das jetzt gerade noch ein Püpschen gewesen. Oh, Petit Püps. Okay, dann gehen wir jetzt hier hoch. Ich verlasse mich mal auf meine extrem guten, ähm, äh, Treppensteige-Skills hier. Jawohl, und, äh, Wandkletterfähigkeiten. So, haha, jetzt sind wir oben, super. Okay, und dann öffnen wir jetzt diese wunderschöne, äh, Kiste hier. Die wir uns erstmal anschauen. Uh, eine alte Kiste. Äh, die wir auch mal öffnen. Äh, 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 äh. Also, äh, wir stecken den kleinen Silbernschloss in das Schloss. Das funktioniert. Langsam öffnen wir... Äh, was hab ich denn jetzt gelesen? Kein Witz, ich habe das Ganze noch gelegen, als das da stand. Unglaublich, wir stecken langsam den silbernen Schlüssel hinein und bis wir nach dem Drehen ein kleines Klicken hören, die alte Kiste ist jetzt geöffnet. Unglaublich, wie man manchmal Dinge liest, weil man einfach davon ausgeht, dass sie dastehen. Das ist unglaublich. So, Open Chest. Jetzt ist sie endlich offen. Ich spinne mich überall. Oh, ein Tiara. Wunderschön, das Nebenbild. Das können wir doch unserer neuen Königin direkt schenken. Und anziehen. Okay. Ah, die Kiste ist noch offen. Natürlich verschließen wir diese. Und speichern das Spiel. Denn diese Treppen, das kann eine Menge bedeuten, was da alles passieren kann. So. Jetzt gehen wir die Treppen hinunter. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Okay. So. Puh, gleich haben wir es geschafft, gleich haben wir es geschafft. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht. Wir haben es geschafft. Und jetzt raus hier aus dieser blöden Burg. War eigentlich ganz schön. Man muss sich das vorstellen, die wird jetzt für immer leer bleiben. Da kommt jetzt nie wieder jemand hin. Tja. So ist das, lieber Dracula. Pech gehabt. Sag ich da nur. Und jetzt ist halt wirklich etwas, das wirklich krass ist. Wenn man jetzt ein bisschen viel Zeit an der Burg verbracht hat, dass der Effekt von dem Zucker, der hört irgendwann auf. Das heißt, man kommt irgendwann einfach nicht mehr raus. Das heißt, ich bin jetzt da drin, gucke mich um, links und rechts. Ach, guck mal, die Kiste, das Fenster. Oder die Schublade, das Bett, ach, guck mal hier, aber ohne links, rechts. Und, ähm, tja, dann hast du Pech gehabt, denn du kommst hier nicht mal diesen Giftdingern vorbei. Das ist, also das Spiel ist wirklich grausam. So, jetzt gehen wir doch einfach hier hinein. Und, lassen uns wieder übersetzen. So. Und, haben diesen Teil geschafft. Okay, denn jetzt hier, ähm, ach nee, lassen Sie lieber unten lang gehen. Hier oben schwirrt auch immer dieser Zauberer rum. Um, diesen Baum meinte ich, uch, ah, jetzt geht er wieder runter. Genau, den Baum meinte ich. Hier ist das nicht fantastisch. Dieser Baum war das. Und jetzt, und jetzt kommt, das muss ich unbedingt noch zeigen. Wie kommt man an das Loch von diesem Baum? Ja, muss ich überlegen, okay, okay, hier sind die Steine. Könnte ich da jetzt draufklettern? Hm, der ist so hoch. Wie komme ich nur an dieses Loch hier oben? Tja, man muss halt in einer, in einer 3D, 2D Zeit denken. Jetzt kommt's, man stellt sich hier hin und nimmt es von hier oben raus. Weil das ist ja auch, der Baum liegt ja eigentlich auch auf der Erde. Das ist, also, oh Mann, ey, das ist wirklich, also, das ist unglaublich. Naja, also, naja, okay. Naja, huch, so. Also, dann gehen wir jetzt hier nach unten. Und noch ein Stückchen nach rechts. Lala, oh, das ist aber eine lange Folge, hieß mal. So, und zum letzten Mal über die Brücke. Lalalala. Lala. Und die letzte Tür. Ich kann's kaum erwarten. Jetzt werden wir sie aufschließen, jetzt werden sie aufschließen. Nein, jetzt natürlich nicht. Das nächste Mal schließen wir sie auf. Das wäre ja auch zu schön, wenn wir das jetzt tun würden. Also, ihr könnt abstimmen, ob ihr im nächsten Teil möchtet, dass die Tür aufschließe oder die Tür aufschließe. Ich hoffe, ihr wählt weise und wir sehen uns im nächsten Teil. Tschüss, tschau, tschau.